Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem 4. September 2022. Es ist Montag, ihr hört die Geek Talk Daily 1242. Heute habe ich die folgenden Themen mit für euch bereit. Tesla Crash, Teddy Go, Huawei Nova, Twitter, Logitech, Musk Anteile, TikTok, Dirigera und Siemens. Ich starte gleich schön der Reihe nach. Und Tesla ist eigentlich das Falsche, denn es ist wie immer, wenn Apple, SBB oder die Deutsche Bahn irgendwo stehen, dann klicken die Leute drauf. Das gleiche gilt natürlich auch für Teslas und so hat sich auch die AXA gedacht. Wir nehmen da einen Tesla dafür. Um was geht es genau? Sie haben eine Pressemitteilung rausgehauen mit dem Hinweis, dass eben E-Autos gefährlich sind wegen Brand und so weiter und so fort und haben eine wirklich schöne, riesen, wie sagt man, spektakuläre, in Anführungsschlusszeichen, Unfallbilder eines Teslas Model S gezeigt, der in voller Fahrt auf die Oberseite gefallen ist, also umgefallen ist und dann in Brand aufgegangen ist. Wer sich die Bilder ein bisschen genauer anschaut, findet vielleicht, das könnte komisch sein. Nein, ist es auch so, denn nur 5 von 10.000 Autos kommen wirklich zum Brand. Das, was man in den Filmen jeweils sieht, ist ja meistens so, ja, schön für den Film, aber in Realität ist das nicht wirklich so. So auch bei der AXA, die haben nämlich vorab die Batterien aus dem Tesla rausgenommen und das Feuer, was da gekommen ist, ach ja, da, Pyrotechniker haben da rumgewütet. Ziemlich unschön, ziemlich, wirklich unschön. Man hat dann auch im Nachhinein ein bisschen korrigiert, zumindest die Pressemitteilung haben sie belassen, aber man hat korrigiert, dass es das Ganze fingiert wurde. Ein ziemlich, ja eben, ich betone es nochmal, unschöne Geschichte, aber eben, so macht man natürlich auch Meinung. Und ich denke mal, ein Brief von Tesla oder ein Tweet von Tesla-Chef Elon Musk wird sicherlich auch nächstens kommen. Der wird nicht mehr so der grösste Fan von dieser Versicherung sein. Weiter geht es mit TD Go, dem smarten Türschloss, was in einer neuen Version rausgekommen ist, eben das TD Go. Und da wird es jetzt für mich interessant, denn ich habe da ein Problem bei mir im Büro, weshalb ich meine Marke Nuki-Schloss nicht mehr wirklich betreiben kann. Das könnte sich ändern mit dem neuen TD Go, denn das wird nur noch aufgestöpselt. Das muss ich mir unbedingt ein bisschen genauer anschauen. Es spricht mit allen Smart-Home-Systemen, die man so kennt, von Amazon über Fibaro über Google Home über Loxone und auch ist Apple HomeKit auch mit dabei. Genau, somit könnte es was für mich werden. Ich muss mich da mal ein bisschen schlau machen. Dann hat Huawei auch vorgestellt, und zwar das neue Huawei Nova 10 Pro sowie die Huawei Watch D. Sie kommt endlich auch in die Schweiz, die erste Huawei Watch, die auch EKG-Funktion mit integriert hat. Und sie haben auch ein neues Matebook vorgestellt, also für den Schweizer Markt schlussendlich jetzt vorgestellt. Ich durfte es ja schon im Sommer sehen, das Matebook X Pro kommt endlich in die Schweiz. Was hat das Nova mit inkludiert? Ein riesen Kamerabump in Gülden, das schaut richtig toll aus. Es hat viel Hardware drin, viel Display. Es hat praktische Hardware drin, kein 5G, das wissen wir ja. Genauso wie keine Google-Dienste, die halt einfach mal rausfallen bei so einem doofen amerikanischen Stopp oder die Zickereien, ihr kennt es. Ansonsten ein sehr spannendes Telefon. Meine Tochter ist nach wie vor mit dem Huawei Nova 9 sehr fleissig unterwegs und dreht Videos bis zum Umfliegen. Weiter geht es mit Twitter. Und die testen nämlich den Edit-Button. Der soll jetzt ausgeweitet kommen, dass man ihn nutzen kann, ausprobieren kann. Ich bin schon mal gespannt. Neben den Mitarbeitern hat man es jetzt auf die Twitter-Blue-Community ausgeweitet. Das sind diejenigen, die bezahlen. Somit wie immer bei uns in Deutschland, Österreich und Schweiz noch nicht verfügbar. Ausser man hat ein Twitter-Blue-Konto. Da sollte es nächstens kommen. In den letzten einhalb, das waren drei Wochen, kam ja mal ein immer vermehrter Gerücht auf. Und später auch dann die Bestätigung von beiden Unternehmen, dass Logitech an einem eigenen Handheld bastelt. Software-mässig arbeiten sie da mit Tencent Games zusammen, dem chinesischen Technologieunternehmen, das ja da einen riesen Stand im Markt hat. Die steuern die Software bei, eine Android-basierte Geschichte. Und was soll es? Es schaut in etwa aus wie eine Switch, einfach ein Handheld, ein grosses Display mit den ganzen bekannten Knubbels und Joysticks links und rechts, oben und unten. Und das, wie gesagt, aus dem Hause Logitech. Was soll da drauf kommen? Cloud-Gaming-Geschichten, wie zum Beispiel Nvidia GeForce Now oder Xbox Cloud Gaming. Ich hoffe ja, dass Stadia gleich auch noch mit oben drauf kommt. Ich bin gespannt auf das Teil, wenn es dann schlussendlich auf den Markt kommt. Dann gibt es Neuigkeiten vom Twitter-Deal. Musk möchte sich da ja nach wie vor herausreden. Jetzt nutzt er noch die ganzen Geschichten, die vom neuesten Whistleblower gekommen sind, um damit eben sich aus der Affäre zu wenden. Sprich eben nicht die 44 Milliarden bezahlen zu müssen und oder die Strafe. Wir werden sehen, im Oktober ist dann die Verhandlung vor Gericht. In den Staaten hat es, wie sagt man dem so schön, eine historische Wende gegeben. Im 2007 kam das iPhone, 2008 die ersten richtigen Android-Geräte und dann hat sich das Ganze gewendet. Zuerst waren Nokia und andere, Blackberry, Motorola am Start. Der iPhone kam dazu, einen kleinen Anteil und dann hat ziemlich schnell, ich glaube 2011, 2010 rundherum Android dann die iPhone- oder die Apple-Nutzerschaft überholt. Und das hat sich jetzt geändert. Ab dem Jahr 2020 ging die Nutzerschaft von iPhones weltweit auf eine Milliarde Geräte hoch. Jetzt in den USA ist Stand der Dinge, dass es mehr iPhones als Android-Devices gibt. Wenn man mal überlegt, ein Gerät versus ganz viele. Und das sind natürlich starke Zahlen. Das hat aber natürlich dann auch sicherlich das starke Statement in Richtung der ganzen Klagen, die aktuell gegen Apple sind. Wenn Apple natürlich so gross ist in den Staaten, wird das auch mehr Gewichtung dagegen haben. Also da werden wir noch einiges hören in nächster Zeit. Weiter geht es mit TikTok. Da wurde von Microsoft eine Lücke gefunden, eine Sicherheitslücke, die es in sich hat. Eine unschöne, man konnte mit einem Klick während der Verinfizierungsgeschichte, sprich wenn man die Mail bekommt zum draufklicken, einen Account übernehmen. Das war nur möglich unter der Android-App und ist anscheinend behoben. Wer also ein Android-Smartphone hat und TikTok nutzt und oder noch nicht sich fertig registriert hat, sollte sich zuerst die neueste App runterladen. Generell gilt ja immer, die Updates runterladen, bevor ihr die Apps wieder nutzt. Das sollte automatisiert stattfinden oder regelmässig von Hand. Neuigkeiten gab es auch zum Ikea Dirigera, dem neuen Smart Home Pack. Der ist ein bisschen dünnere, dafür ein bisschen breitere Modell, was eben ab dem Oktober wahrscheinlich in den Markt kommen wird. Zum einen ist die Grösse bekannt, die Zugänge sind bekannt, USB-C und den Ethernet-Zugang. Man weiss jetzt eben, oder wusste man schon länger, dass es Zigbee kompatibel ist und somit mit den alten Geräten hantieren kann. Aber auch mit neuen, nämlich mit Matter-Geräten, die dann eben gegen Herbst auch kommen werden. Auch die App wird neu, all das gibt es nachzulesen auf dem pokipsi.ch Blog, wie immer auf daily.geekdog.ch und oder im Podcatcher eures Vertrauens habt ihr die ganzen Links dazu, wo ihr es weiterlesen könnt. Und zu guter Letzt habe ich euch noch was für die Küche. Siemens, ja, das Unternehmen gibt es auch noch, hat einen neuen Kühlschrank vorgestellt. Und jetzt fragt ihr euch, weshalb ich plaudere hier über einen Kühlschrank. Ja, der Siemens iQ700 ist ein Kühlschrank, der via Alexa geöffnet werden kann. Also ich kann sagen, mach den Kühlschrank auf, wenn ich die Hände voll habe oder einfach zu faul bin und in Mitternacht einen Snack haben möchte. Und schon geht wie durch Magie die Türe auf. Jetzt müsste die Türe nur noch automatisch auch wieder zugehen, aber das kommt dann vielleicht in der nächsten Version. Auch darin ein Update erfahren hat das LED-Lichtsystem, sodass alles schön ausgeleuchtet ist. Ich möchte so einen Kühlschrank haben. Was ich auch noch möchte, ist mich bedanken bei den Tippgebern. Vielen herzlichen Dank an der Stelle, an den Dani und an den Patrick für die ganzen Tipps, die ihr in der heutigen Episode mitbekommen habt. Genau, das war's für heute. Euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Und wenn ihr mögt, bald wieder. Bis dann, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.